Ja, bei mir muss einfach das alles drumherum stimmen. Die Mannschaft hat eine Riesenqualität, das Drumherum mit den Fans, auch die Stadt hat einfach sehr viel Emotionales. Es ist einfach ein Club mit auch sehr viel Tradition und ja, ich liebe sowas einfach und deswegen finde ich es einfach geil, hier spielen zu dürfen jetzt. Der Leitner, den sie aus Dortmund geholt haben, gilt ja als einer der veranlagtesten Spieler in Deutschland. Das in Dortmund allerdings gegen hochkarätige Konkurrenz im Mittelfeld den Durchbruch nicht geschafft, oft jetzt auf Ebendiesen in Stuttgart. Das in Dortmund! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020